Die vorunfallte Condor A330neo, quasi noch nicht ausgeliefert, ist beim Arzt gewesen und ist wieder alles heile. Dann das Europaparlament möchte das Katar-Abkommen noch mal überdenken, zumindest einige, weil es da ja die Korruptionsvorwürfe gegen die griechische Dame gibt. Katar ist das Abkommen mit Katar. Weiter geht es mit Handgepäck. England hat ja die CST-Scanner und möchte zwei Liter erlauben. Dreamliner von Boeing, ja, die werden ausgeliefert, aber die Schlagzahl, mit der sie ausgeliefert wird, ist so, dass die Flugzeuge, die da stehen, die brauchen noch Jahre, bis die vom Hof kommen. Und als letztes Thema haben wir ein Dealzone-Deal mit der British Airways von Budapest nach Miami. 2.600 Euro. Mein Name ist Lars. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle natürlich heute im Hipster-Look. Warum? Weil die Haare nicht gemacht sind. So ist das. Ich wollte eigentlich noch Duschen und machen und tun, aber der Flug war heute drei Stunden verspätet. Und somit klappte das nicht. Deshalb im Hipster-Look und natürlich aus dem Hyatt Place in Frankfurt. Denkt dran, dass ihr den Kanal abonnieren könnt, die Glocke anmachen könnt, aber auch natürlich immer ganz wichtig unten kommentieren, ein Like dalassen. Kanal-Mitgliedschaft. Danke dafür, wenn ihr das getan habt. Erinnerung nächste Woche um diese Zeit. Wenn ihr das schaut, ist der Stammtisch in Frankfurt. Wir sind zweistellig von den Anmeldezahlen her. Warum sollen wir nicht versuchen, dreistellig zu werden? Nein, nein, nein. 20 sollte so immer das Limit sein, damit man sich auch untereinander unterhalten kann. Meiner Meinung nach freue ich mich, wenn ihr kommt. Und deshalb 22. Dezember, kurz vor Heiligabend, mit mir zu den 5000 Subscriber, die wir haben. Da gibt es auch eine Runde aufs Haus. Ja, natürlich, da gebe ich auch einen aus. Und ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt und wir uns persönlich kennenlernen. Das erste Thema. Airbus 330er. In der Sendung kam das ja live richtig rein, während wir die Besprechung hatten eurer Fragen. Und der Airbus wurde beim Rangieren gegen die Wand gefahren. Ja, ganz genau. Und zwar ist der Flieger dann gegen ein Gebäude gefahren und Gott sei Dank ist nur der Wingland beschädigt worden. Dieser ist jetzt ausgetauscht und das Flugzeug ist fabrikneu und kann von Condor abgeholt werden. Die Leasingfirma hat den Teil der Neo-Auftrage dieses Jahr um zwei Flugzeuge erweitert und damit eine Erfolgsgeschichte. Und die Maschine mit den grünen Ringelstreifen kann zur Freude von Airbus und natürlich Condor beim Arzt abgeholt werden. Dr. Airbus hat geholfen. Ich bin mal gespannt, was das erste Ziel wird. Da kotzt sich ja Condor nicht wirklich aus. Bin heute noch am ehemaligen Condor-Gebäude vorbeigegangen. Da wurde Glühwein verkauft. Wo auch was verkauft wird, ist anscheinend im Europaparlament. Die Dame, und zwar, wie hieß sie nochmal, Kali oder sowas, Eva Kali, 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 Griechin, ist ja mit Tütenweise Geld festgenommen worden, was man zu Hause gefunden hat. Und jetzt ist es so, dass das Europaparlament aufgrund dieses laufenden Korruptionsverfahren der Ex-Vizeparlamentspräsidentin gesagt hat, wir sollten uns den Deal mit Qatar nochmal genauer angucken. Und ja, warum? Ganz einfach. Die Qatar-Freunde haben wahrscheinlich da auch geschmiert und haben da eventuell nicht ganz sauber gespielt, dass sie diesen Vertrag bekommen haben. Dieser Vertrag ist natürlich vielen Fluggesellschaften in Europa ein Dorn im Auge. Besonders natürlich der Lufthansa ist ja auch verständlich. Ich meine, die von Qatar dürfen in Europa überall hinfliegen. Lufthansa darf überall in Qatar hinfliegen. Aber ihr merkt schon, wenn ich nach Qatar überall hinfliege, dann ist mit Doha auch schon relativ Schluss mit lustig. Mehr gibt es da nicht. Aber die können dann Stuttgart, Frankfurt, Berlin weiter, Hamburg, Düsseldorf fliegen sie jetzt schon. Und andere Städte in Europa anfliegen. Das ist natürlich für Fluggesellschaften ein harter Wettbewerb. Und Qatar Airways ist kein fairer Partner in dem Sinne, dass sie sagen, dass dort gleiche Arbeitsbedingungen gelten. Da muss ich dir Ehrlichkeit halber recht geben. Qatar Airways ist natürlich vom Staat wohl subventioniert, hat da auch sehr gute Bedingungen. Aber auf der anderen Seite muss ich dir Ehrlichkeit halber auch sagen, wir sind ja auch selber schuld in Europa, dass wir uns gegenseitig immer permanent kastrieren. Weil wenn man sieht, dass man alleine ein Viertel des Tages gar nicht im Flughafen anfliegen kann wegen Nachtflugverbot, das passiert ja in Qatar nicht. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, wie der Deal zustande gekommen ist. Man weist jetzt wieder darauf hin, dass der Deal wohl eventuell was auf politischer Ebene zu tun hat, damit, dass man damals mit den Taliban und so weiter kurz verhandelt hatte, weil die Katari sich eingesetzt haben. Ein anderes Thema, was die Leute auch sagen, ist, dass natürlich wir in Europa besonders von dem Gas abhängig sind, von den Katari. Die sitzen auf einem der größten Gastanks der Welt. Ja, ist so. Und egal wie man es sieht, wir müssen uns mit den Katari arrangieren. Man sieht das ja zum Beispiel an Finner. Finner macht mit Katar-Coach-Abkommen. Sie sind natürlich in der One World. Und Finner macht die Fieder von Stockholm, Kopenhagen und Helsinki nach Doha und macht aus der Not eine Tugend. Emirates spricht ja angeblich auch mit Lufthansa. Mal sehen, was da passiert. Wie ist eure Meinung dazu? Sagt ihr, das sollte man nicht tun oder man sollte den Vertrag weiter so laufen lassen, wie er ist? Kommentiert unten. Ich bin gespannt auf eure Meinung, denn von eurer Meinung leben wir. Wovon ich denke, dass wir alle einer Meinung sind, ist, wenn es um Flüssigkeiten geht. Flüssigkeiten nerven. Vor allem, wenn es darum geht, durch die Sicherheitskontrolle zu gehen. Zehnmal, 100 ml in einem 1-Liter-Beutel, durchsichtig. Das ist das, was man haben darf. Zumindest in Europa. In Australien oder sonst wo. Da interessiert das kein Schwein. Die Engländer haben die neuen CC-Scanner und ich habe es ja auch schon gesagt. Jetzt werden die Vorgaben gemacht und man sagt, dass man an den größeren Flughäfen ab 2024, wo diese Scanner eingesetzt werden, wir haben ja in München einige, wo die eingesetzt werden. Helsinki hat zum Beispiel auch die Scanner ohne Ende. Finde ich relativ cool. In England soll es so sein, dass man dort sich das Auspacken künftig sparen kann und es ist nicht mehr notwendig. Und 2 Liter soll das Maß aller Dinge sein. Ich weiß jetzt nicht, ob man sagt, 20 mal 2 Liter maximal, also 20 mal 100 Milliliter, also 2 Liter zusammen. Gott, ist das kompliziert. Ihr merkt schon, es kommt und ist die Zeit, dass das weg muss, diese Regel, dass das alles durch den Scanner geht und dann fertig. Ich meine, wir haben ja damit wahrscheinlich kein, ich weiß es nicht, also ich trinke darauf erstmal ein. Also da, was ist eure Meinung zu den Flüssigkeiten? Soll das wegkommen? Macht das Sinn oder ist das Quatsch? Auch wenn ich gestern wieder kritisiert worden bin, dass ich das Wort Quatsch im Rahmen zu Meils im Haar gesagt habe. So, das nächste Thema, Dreamliner. Dreamliner darf ja wieder ausgeliefert werden, aber der Dreamliner wird nicht ausgeliefert. Warum? Weil dieser Lieferstopp, der da war, Lufthansa hat natürlich die 2 gekriegt, Papa Alpha, Papa Delta. Papa Delta fliegt ja auf dem Frankfurt München, muss quasi eingeflogen werden. Und der andere, die Papa Alpha, fliegt ja schon kräftig zwischen New York und Frankfurt hin und her. Und im August bekam er ja von der FAA die Erlaubnis, dass man wieder fliegen darf. Ja, ganz genau. Und da ist es halt so, dass der Hersteller dann die Auslieferung angefangen hat, aber es sind nur 15 Dreamliner ausgeliefert worden. Ja, krass, oder? Weil, um ein Beispiel zu nennen, wenn man sich das einfach anguckt, was das Problem ist, es sind ja die Ober-, also in den Oberflächenstrukturen sind kleine Lücken zwischen verschiedenen Rumpfteilen. Und die müssen ausgebessert werden. Das ist ein Fabrikationsfehler. Und diese Ausfüllstücke, die da rein müssen, die müssen jetzt nachgearbeitet werden. Die sogenannten Chimps. Die FAA hat einfach gesagt, ja gut, das ist halt ein maschinerner Herstellungsprozess, da ist halt nicht ordentlich gearbeitet worden, das muss ordentlich gemacht werden. Seit 2022, August, ist das natürlich jetzt im Rückspiegel, aber die Maschinen, die da stehen, müssen alle abgearbeitet werden. Und die Probleme wirken halt wirklich noch nach. Denn wenn man anschaut, dass im August bis Ende November 47 Dreamliner ausgeliefert worden sind in 2019. Und jetzt haben wir da nur eine Auslieferungszahl, die ich eben nannte, von dem Schneckentempo, was da ist. 15 Stück waren es. Dann läppert sich das von der Zeit her. 115 Stück stehen da noch, die ausgeliefert werden müssen, wo die Chimps noch ausgetauscht oder ausgebessert werden müssen oder eingesetzt werden. Und mit diesem Tempo, und das sagte Boeings Finanzchef Brian West, ist, wir gehen davon aus, dass die meisten dieser Flugzeuge in den nächsten zwei Jahren ausgeliefert werden. Nächsten zwei Jahren. Also mit der Quote weiß ich nicht, ob das zu optimistisch ist, weil man braucht erst rund drei Wochen, um das Flugzeug aus der Lagerung zu holen. Dann zwei Wochen Vorbereitungsarbeiten, sind wir schon bei fünf Wochen. Anderthalb Monate mit Inspektion und Nachbesserung, also sechs Wochen würde ich jetzt sagen. Und fünf Wochen sind elf Wochen. Eine Woche Überarbeitung mit der Lackierung. Inspektion des Kunden. Zwei Wochen mit weiteren Testerfolg von der normalen Flugabprobe. Unifalz Probleme auftauchen, bis zu sechs Wochen dauern und schließlich die Abnahme des Flugzeugs in der Auslieferung. Daran sieht ihr, wie lange der Prozess eigentlich dauert und was da das Problem ist. Da sind wir ja eigentlich glücklich, dass Lufthansa die Flugzeuge so schnell bekommen hat, oder? Aber die haben natürlich bei Boeing alles gemacht, dass Lufthansa die Bude schnell bekommt, weil Lufthansa da ja noch einige bestellt hat. Wer fliegen möchte von Budapest nach Miami für 2600 Euro in der First Class, also ein First, die mal One World, der kann dies tun in der Buchungsklasse A und J. Das Ticket muss drei Tage vor Abflug fertiggestellt werden, also das heißt reserviert werden. Das gibt sechs Tage Mindestaufenthalt, zwölf Monate Maximalaufenthalt. Das gibt es unlimitierte Stops, die ihr einbauen könnt. 150 Euro kostet jeder. Das Ticket ist wie immer nicht refundierbar. Änderungen sind natürlich erlaubt, aber ihr wisst ja, Tarifdifferenz müsst ihr zahlen. Von der Strecke her können wir uns das Ganze auch nochmal angucken. Da fliegen wir ja von Budapest über London Heathrow nach Miami. Und jetzt gucke ich im Great Circle Mapper natürlich für euch nach, die Distanzen ganz genau. Das heißt also, wenn wir jetzt schauen, Budapest und das machen wir ja alles live hier. Budapest, London Heathrow und dann Mia und zurück London Heathrow nach Budapest. Dann sind wir hier zusammen bei 10.705 Meilen. Eine schöne Strecke. Und ihr seht ja auch bei dem schönen Blue Marble Bild, was es da einfach einen schönen Bogen zu fliegen gibt. Sehr hübsch. Meilen, die es gut zu schreiben gibt in dem Fall, sind natürlich auch interessant. Und die gibt es hier auch natürlich. Dadurch, dass es sich um ein One World Ticket handelt, gibt es da natürlich auch Rappel, die Zappel Meilen. Wenn man sich das in Buchungsklasse I alles anguckt, dann ist das bei China Southland 52.944. Genauso wie bei Finnair. Bei Etihad 32.930. Iberia auch 32.930. Alaska, British, Royal Jordanian, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Sri Lankan. Alle 32.930. Goal 27.440 mit Japan, Casa Pacific, Japan Airlines sollte ich sagen, Malaysia Airlines und S7. Null gibt es bei American und bei Qantas. Das war wieder die Sendung für euch heute aus dem wunderschönen Hyatt Place in Frankfurt am Flughafen. Ich habe heute Abend einen Termin hier in Frankfurt. Da werde ich etwas legerer und lockerer angelassen. Wollte das Ganze heute für euch schon aufnehmen und vorbereiten, dass ihr pünktlich um 7 eure tägliche Dosis mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status habt. Natürlich. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und vor allem ganz, ganz wichtig zu kommentieren, damit ich eure Fragen beantworten kann. Nochmal ein bisschen mehr ins Licht, damit vielleicht für euch die Kanalmitgliedschaft interessant ist. Also, Kanalmitgliedschaft, abonniert es. Ich würde mich freuen, nächste Woche, 22. Dezember, euch hier in Frankfurt wieder zu treffen, wenn ich aus dem Mittleren Osten zurückkomme. Also, insofern danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveller TV und ich freue mich, dass ihr morgen wieder dabei seid mit einer Sendung, die ich für euch mache, wahrscheinlich wieder live. Also, danke, bis dann und ohne Hipstermütze. Vielleicht schaffe ich es morgen zu duschen, bevor ich zur Sendung gehe. Nein, bin heute Morgen um 3 Uhr nachts aufgestanden, eurer Zeit. Bin also laut meiner Apple Watch auch schon 14 Stunden wach und es geht noch weiter. Also, bis dann. Danke. Ciao. Und jetzt aber raus hier. Bis dann. Ciao.